Was für mich immer das ganz entscheidende Thema ist, bei dem wie wir arbeiten, ist eigentlich klar, neben der Bezahlung, neben dem Gehalt, logisch, wir gehen alle nicht zum Spaßarbeiten, ist das Thema 100% flexible Arbeitszeit und vor allem das Thema Homeoffice bzw. Remote. Wir haben vom ersten Tag an versucht, da wirklich so viel Freiheit wie möglich reinzubringen, aber auch dem Mitarbeiter so viel Freiheit wie möglich zu überlassen, indem er selbst entscheiden kann, komme ich heute ins Büro, bleibe ich heute im Homeoffice, wie lange arbeite ich heute und vor allem wann arbeite ich heute. Und so ist es bei uns heute möglich, dass du als Mitarbeiter wirklich von, ich sage jetzt mal Montag bis Sonntag, jeden Tag arbeiten möchtest oder kannst, wann du möchtest. Da besteht vollkommene Freiheit, das ist alles ein Kann und kein Muss. Es gibt bei uns Personen, die von Montag bis Freitag komplett 9 to 5 arbeiten, also ganz klassisch, ganz strukturiert, immer gleich. Und dann gibt es Personen, die komplett in ihrem eigenen Zyklus irgendwie arbeiten und morgens zwei Stunden machen, mittags zwei Stunden machen, abends nochmal drei Stunden machen, also die da sehr, sehr, sehr flexibel sind. Und bedingt natürlich auch immer durch die eigene Situation, habe ich Familie, habe ich Kinder. Bei uns ist es jederzeit möglich oder überhaupt kein Problem mittags zu sagen, hey, ich bin jetzt mal zwei Stunden raus oder drei Stunden raus. Ich habe da als Mitarbeiter wirklich die Möglichkeit, 100% frei meine Arbeitszeit zu gestalten, was die Zeit oder was den Tag angeht, was die Uhrzeit angeht und eben auch was den Ort angeht. Man kann bei uns jederzeit ins Homeoffice gehen und sagen, ich bin die nächsten drei Tage im Homeoffice oder es ist auch überhaupt kein Problem, Remote Work zu machen. Wir haben das im Sommer relativ häufig, dass jemand drei Wochen im Urlaub ist und dann noch eine oder zwei Wochen länger weg bleibt, aber eben schon wieder arbeitet oder zumindest Teilzeit arbeitet und dann einfach aus dem Ausland am Arbeiten ist und sich so noch, sage ich mal, den Sommerurlaub mit einer Vacation einfach verlängert. Ja, ist überhaupt kein Problem. Wir sind komplett remote ausgestattet. Das heißt, das ist alles machbar. Was dann für mich persönlich auch immer super wichtig war oder ist, ist das Thema Transparenz beim Gehalt. Ich bin überhaupt kein Fan davon und sehe das auch sehr, sehr häufig, nicht nur jetzt bei Kunden von uns, sondern allgemein, dass Gehalt immer so eine Verhandlungssache ist. Wenn nachher jemand harter verhandelt, dann kriegt er mehr Gehalt und jemand, der eigentlich sagt, hey, cool, ich lasse mich drauf ein, habe voll Bock da drauf, verhandle jetzt auch gar nicht weiter, weil ich will den Job machen, der kriegt dann weniger Gehalt, weil er irgendwie nicht so hartnäckig war. Das hat für mich nie wirklich Sinn ergeben. Deswegen sind wir da sehr, sehr transparent, was das Thema Gehalt angeht, aber eben auch sehr, sehr strukturiert. Bei uns gibt es keine klassische Gehaltsverhandlung. Es ist nicht so, dass jemand in einem Vorstellungsgespräch oder auch später dann kommt und sagt, ich haue jetzt mal meine Argumente auf den Tisch und gucke mal, was so geht, sondern es ist genau andersrum. Wir als Arbeitgeber gehen natürlich von Anfang an mit einem klaren Angebot auf einen zu und sagen, hey, so passt du zu uns in die Struktur, das ist auch fair allen anderen gegenüber. Und genauso ist es aber auch in Beziehung von Arbeitgeber zu Arbeitnehmer. Wenn jemand besser wird, sich weiterentwickelt, diesem Unternehmen mehr Input bringt, dann kann er auch mehr verdienen. Und dann ist es überhaupt nicht die Zielsetzung, den so lange wie möglich irgendwie auszuschlachten, sondern ich möchte, dass meine Mitarbeiter sich weiterentwickeln. Ich möchte, dass meine Mitarbeiter oder dass unsere Mitarbeiter, unser Team immer mehr und mehr verdient, weil wir mehr und mehr an Leistung bringen können, weil wir uns weiterentwickeln, weil wir unser Tätigkeitsfeld erweitern, weil unser Kundenspektrum wächst und, und, und. Und deswegen ist es immer so, dass wir sehr, sehr regelmäßig mindestens einmal im Monat ein persönliches Feedbackgespräch führen, in dem jedem Einzelnen hier ganz klar aufgezeigt wird, wo er gerade steht, wo wir ihn gerne hätten oder wo wir ihn sehen, was unser Plan mit ihm in den nächsten Wochen, Monaten, aber auch Jahren ist und welche Fähigkeiten er aufbauen muss, um auf die nächste Gehaltsstufe zu kommen beziehungsweise, natürlich hat das manchmal auch was mit Unternehmen zu tun, wo das Unternehmen hinkommen muss, dass wir die nächste Gehaltsstufe angehen können. Denn wir können nicht vorne 5.000 bezahlen, wenn wir hinten nur 3.000 reinkriegen. Das geht einfach nicht. Und von dem her ist es immer ein Gleichgewicht aus, wie steht das Unternehmen da, aber auch, wie entwickelst du dich als Einzelner weiter. Und jemand, der sich natürlich in ein, zwei Jahren schnell und auch mit einem gewissen Zug weiterentwickelt, der ist natürlich auch definitiv auf dem Papier mehr wert. Da brauchen wir gar nicht drum herum reden. Und das möchten wir sehr zügig und sehr schnell honorieren. Deswegen ist es bei uns auch nicht unüblich, dass man sehr schnell auch Gehaltserhöhungen bekommt, weil dann ist es a, im Team auch akzeptiert und respektiert, weil ich weiß, da kommt jemand, der gibt den Input rein und der hat sich nicht nur irgendwie gut verkauft, sondern der hat vielleicht 2, 3, 4 Monate Einarbeitungszeit gebraucht, bis er hier das System gelernt hat, bis er weiß in der Tiefe, was wir tun und wie wir das tun, bringt jetzt aber wirklich einen Mehrwert rein und zwar einmal persönlich, auf seiner persönlichen Ebene, weil er einfach Dinge weiß, Dinge kann, Dinge einbringt und die wiederum bringen uns auf Unternehmensebene weiter. Und die Kombination daraus führt dann einfach dazu, dass wir uns gehaltstechnisch mit allen Mitarbeitern, die hier arbeiten, in den letzten Jahren immer sehr schnell, sehr zügig auch weiterentwickelt haben. Und das ist auch weiterhin das Ziel, einfach eine Gehaltsstruktur zu schaffen, die dynamisch mitwächst mit dir als neuen Mitarbeiter. Was dann für mich persönlich immer eins der coolsten Sachen ist bei uns, die ich extrem schätzen würde, die habe ich früher, als ich selber noch Arbeitnehmer war, nie gehabt, flexibel freie Tage nehmen. Man kann bei uns bis zu zwei Tage komplett flexibel einfach abwesend sein, so nenne ich das mal, ohne dass man sich das irgendwie freigeben lassen muss, ohne dass ich da jetzt einen Urlaubsantrag stellen muss, sondern wenn ich sage, in drei Wochen mache ich ein langes Wochenende und bin Donnerstag, Freitag nicht da, dann ist das so. Dann kannst du das jederzeit tun, du wirst dann nicht irgendwie kontrolliert oder es muss freigegeben werden, sondern ich kann wirklich super frei auch mal einzelne Tage abwesend sein. Wir haben das bei uns so, dass es bis zu drei Tagen Abwesenheit, oder ab drei Tagen Abwesenheit muss es genehmigt werden. Alles darunter, also ein oder zwei Tage, kann sich jeder jederzeit frei eintragen und quasi nicht hier sein und kann wirklich, sei es ein Umzug, sei es eine Lieferung, sei es einen Besuch, sei es ein verlängertes Wochenende, völlig egal, das für sich in Anspruch nehmen. Ist zum Beispiel oft so, dass durch solche Aktionen dann Überstunden abgebaut werden, wenn mal irgendwo welche waren oder wenn vorher ein längeres Projekt war und ich dann sage, hey, die nächsten drei Wochen ist es Hochsommer, möchte ich den Freitag immer frei haben. Kannst du machen. Und was dann halt neben, ich sage jetzt mal monetären Themen wie, natürlich gibt es auch bei uns Bonuszahlungen, natürlich gibt es einen Tankgutschein, natürlich haben wir die Internetpauschale und was weiß ich nicht alles. Was mir persönlich aber oder was ich auch immer merke in der Kommunikation mit unserem Team, was so immer noch so ein bisschen über dem allen steht, ist wirklich dieses persönliche Gefordertwerden, nenne ich es mal. Einmal durch das, dass wir wirklich sehr, sehr regelmäßig Feedbackgespräche führen, mindestens einmal im Monat, setzen wir uns gemeinsam zusammen und sprechen drüber, wo stehst du, was ist das Ziel, was hast du gut gemacht, was hast du vielleicht nicht so gut gemacht, wo willst du hin, wo möchten auch wir, dass du hinkommst, wo sehen wir dich, was brauchst du, um auf die nächste Gehaltsstufe zum Beispiel zu kommen oder was brauchst du vielleicht auch an Input, an Weiterbildung, an Fortbildung, um gewisse Aufgabenbereiche übernehmen zu können. Das heißt, du weißt hier immer sehr, sehr, sehr genau, wo stehe ich und warum stehe ich da und was muss ich tun, um jetzt einen Step weiterzukommen. Und es ist nicht so, dass wir irgendwie einmal im Jahr ein Feedbackgespräch führen oder sowas, sondern eigentlich laufend im Austausch darüber sind, um jeden Tag eigentlich hier jedem das Gefühl zu geben, hey, wir folgen hier einem Plan oder ich folge hier einem Plan. Das ist für mich immer unser persönlicher Entwicklungsplan für jeden Mitarbeiter. Wir haben für jeden Mitarbeiter ganz klar im Kopf und wissen genau, wo bist du heute, wo bist du vielleicht morgen, wo bist du in sechs Monaten, wo bist du in einem Jahr, welche Aufgaben sollst du da übernehmen, welche Aufgaben kannst du übernehmen, welche Aufgaben möchtest du übernehmen. Super wichtig, wir haben ganz viele Personen hier, die sich im Laufe der Jahre, die sich hier waren, in andere Tätigkeitsbereiche reinentwickelt haben, weil sie gemerkt haben, oh, das liegt mir dann doch mehr, das entspricht eher meinen Interessen oder da bin ich einfach richtig gut drin, weil das ist nicht unser Ziel, Mitarbeiter auf Positionen zu halten, die sie eigentlich nicht ausfüllen möchten, sondern am allerbesten performt das ganze Ding hier, wenn du als Mitarbeiter genau das tust, a, was du kannst, was du gelernt hast und b, worauf du dich einlässt, einlässt, woran du Spaß hast, was du machen möchtest, was dich erfüllt, dann wird das Ergebnis nachher einfach Bombe. Ja und klar, natürlich haben auch wir regelmäßige Team-Events, um es mal so zu sagen, das hänge ich aber gar nicht so hoch, sondern das ist bei uns selbstverständlich, also im Schnitt sind wir einmal im Monat gemeinsam essen oder bestellen Pizza oder sind irgendwo auf Kneipentour, ja, je nachdem, was sich gerade anbietet und wie auch die allgemeine Stimmung irgendwie ist, sowas kommt immer aus dem Team raus bei uns. Wir haben einmal im Monat auch ein festes Team-Event, sei das Lasertag, sei das Minigolf, sei das, ja, Bowling, völlig egal, also das ist komplett durchmischt, mal im Kino gewesen und so weiter und so fort, also sowas kommt immer aus dem Team raus, da gibt es bei uns immer einen Team-Event-Verantwortlichen, der dann ein paar Vorschläge macht und dann wird einfach abgestimmt, worauf haben wir diesen Monat Bock, was machen wir. Was wir sehr regelmäßig und auch gezielt machen, ist, dass wir zweimal im Monat Fortbildungs-Workshops haben, die gehen genau eine halbe Stunde, wo wir uns immer ein Thema rauspicken, sei das jetzt zum Beispiel, wie funktioniert das Bieterverfahren bei Google Ads oder wie mache ich im Webdesign dies und das und jenes, wie funktioniert WordPress, was weiß ich. Also immer ein Thema, wo es auch durchaus sein kann, dass das gar nichts mit deinem Fachthema, in dem du vielleicht arbeitest, zu tun hat, aber dir eben einfach mal einen Einblick gibt in das, was deine Kollegen hier jeden Tag tun oder eben das, was ein spezielles Team hier vielleicht auch jeden Tag tut und man so auch ein bisschen lernt, okay, was machen die da, interessiert mich das, habe ich da vielleicht auch mal Lust drauf, mich da reinzuarbeiten, mich da mehr mit auseinanderzusetzen, plus es fordert einfach das Gesamtverständnis für das Thema digitales Marketing, digitaler Vertrieb und eben die Themen, die dann darüber hinausgehen. Das machen wir zweimal im Monat und auch zweimal im Monat machen wir Kommunikationsworkshops, bedeutet, da trainieren wir in einer Stunde bis anderthalb Stunden. Einmal, klar, das Thema so ein bisschen Selbstpräsentation, Selbstwahrnehmung, wie nehmen auch andere mich wahr, wie kann ich gut verkaufen, wie kann ich mich gut verkaufen, wie kommuniziere ich richtig, wie löse ich Konflikte, wie löse ich schwierige Gespräche und so weiter und so fort. So etwas trainieren wir super regelmäßig, weil das einfach tagtäglich für uns während der Arbeit wichtig ist, zu kommunizieren. Kommunikation ist eines unserer, das wichtigste Tool für uns und deswegen trainieren wir das regelmäßig. All diese Sachen sind ein Kann und kein Muss. Es ist hier niemand verdonnert, irgendwelche Workshops zu machen, es ist hier niemand verdonnert, mit in die Kneipe zu gehen, wenn er da keinen Bock drauf hat, sondern es ist alles ein Kann und wenn man am Ende nur zu dritt da sitzt, macht es genauso Spaß, wenn man zu zehnt da sitzt. Also es ist völlig egal, es ist auch ein ganz freiwilliger Raum, sag ich mal, mit maximaler Freiheit. Klar, die meisten sind dann schon am Start, das ist so, aber es wird hier niemand unter Druck gesetzt oder es ist überhaupt keine Erwartungshaltung da, dass man jetzt hier direkt überall voll mit drin ist und jeden zweiten Abend gefühlt opfern muss, um hier auf der Arbeit irgendwas zu machen. Ganz und gar nicht, wenn jemand zwei Monate mal gar nicht dabei ist. völlig okay.